Einmal mit Fußballprofis trainieren. Der niederländischen Comedy-Truppe Streetlab ist das tatsächlich gelungen. Beim öffentlichen Training des FC Schalke 04 mischte sich kürzlich Stein van Vliet. Mit einem Mikrofon ausgestattet, ungemerkt unter die Profis und seine Kollegen filmten die witzige Aktion. Nichts. Nichts. Das Schicksal. Ich hätte nie gedacht, dass er das so ausmacht hat. Er steht da drin. Es ist nichts an der Hand. Er schütte schon Handen mit seinen Kollegen. Er steht da drin. Er steht da drin. Er steht da drin. Er steht da drin. Es ist echt unglaublich. Er steht da drin. Er steht da drin. Er steht da drin. Er steht da drin. Ich weiß auch, was ich bin. Ich weiß, was ich bin. Ich weiß, was ich bin. Schalke. Bord nie. Das ist gut. Das ist gut. Aber ganz außen an der Bande bitte immer ganz lang. Immer ganz außen. Okay? Ja. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Ja. Das ist gut. 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 Ich glaube, du hast 48 Euro mehr. 48 Euro mehr. Ja. Ich bin kapot. Ich bin kapot. Ich bin kapot. Door, 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 door. Ein bisschen testen? Ja. Ja. Kurze, schnelle Sachen. Immer mit der inneren Seite. Immer rechts. 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 Links. Ja. Sie sind ihn echt an trainen. Sie sind ihn echt an trainen. Ja. Ja. Mehr als Leid nicht. Naast. Ich lache da rum. Naast. 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 Gut. Wer wird denn? Er wird denn da. Aus Holland. Was ist denn jetzt? Ja, ja. Aus 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 Österreich. Sehr gut. Das erste Mal war das wirklich super, ja. Vielen Dank. Ja. Hat Spaß gemacht. Nächstes Mal. Nächstes Mal. Weiter gut arbeiten da dran. Gute Performance im läuferischen Bereich. Und dann sehen wir dich beim nächsten Mal wieder. Okay? Vielen Dank. Alles klar, hau rein. Mach's gut, ciao. Danke. Ciao. Alles goede. Terwijl hier niks komt. Haha. Ik ben kapot aan. Vijf minuten. Toen zat ik al met mijn tong op mijn knie. Das, dit is prachtig. Ik ben gewoon onderdeel geweest van de ploeg van Schalken. Onbeschrijfelijk gevoel, jongens. Zit. Kom, zit. Hoe vond je het gaan, de eerste keer? Ah, ik had je wel door. Dus eh... Je hebt gelijk door. Je hebt gelijk door. Hij zei dus op z'n Duits, we gaan zo rondjes lopen. Dus jij moest er met ons mee lopen. Maar jij begon al. Ik dacht dat... Jij rennt al. Haha. Wie schön, dass auf Schalke wieder gelacht werden darf. Streetlet wird produziert von CCCPTV im Auftrag von KRO, NCRV, NPO3, Niederlande. Maar je had het niet heel veel beter kunnen gaan dan bit. Nee, je kunt gewoon zonder talent bij een internationale voetbalclub trainen. Ik heb me ook tien minuten zo gevoeld als een echte internationale prof voetballer. Niet.. Niet.. Yes, 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 yes!